Hier ist wieder die Julia von FotoPlanet und heute steht der Uli von Tamron neben mir. Ja, hallo, grüß dich. So, du hast uns ein ganz besonderes Objektiv heute mitgebracht. Ja, ich wollte euch heute mal ein neues Reiseobjektiv zeigen. Und zwar haben wir vor kurzem ein 18 bis 400 mm auf den Markt gebracht. Also wirklich ein Objektiv für den Urlaubsfotografen, der einfach nicht mehr wechseln möchte. Also vom 18 mm Weitwinkel bis zum 400 mm Tele, alles in einem Objektiv. Das Ganze mit Bildstabilisator, mit wetterfester Versiegelung, das heißt auch mal im Regen irgendwo fotografieren oder im Dschungel. Kein Problem, das Ganze ist abgedichtet. Man hat eine extrem kurze Naheinstellgrenze für den Makrofotografen, also mal ein Detail aufnehmen aus 45 cm Entfernung, auch das kein Problem. Also wirklich eine, wie sagt man so schön, eierlegende Wollnäste. Wow, super. Das heißt, mit diesem Objektiv kann ich sowohl Objekte direkt vor der Kamera wie auch in der Ferne fotografieren und festhalten. Genau, und ohne das zu wechseln. Hört sich nach einem super Objektiv an. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Danke, tschüss. Vielen Dank, dass du da warst.